yo und hallo zu einer weiteren runde pixel und 3d ich habe jetzt schon viele manche habe ich auch noch nicht aber egal ja ich nehme jetzt einfach mal eispalas kommt ja gucken ob da die da hübs dabei sind oder pros so kommt man relativ schlecht oha der hat schon bettelt ist aber schön hier gesammelt ich glaube es kann nur die spielballen treten was sind denn die ganzen spieler ich gehe einfach mal nach oben ach der hat sich dahin gebietet oder sogar immer ich weiß nicht ich glaube ja kann auch gut sein die Waffe wo ich gerade in der Hand habe ist so schlecht ich soll es nicht leicht in der Hand nehmen ich habe hier auch vor allem wegen dem Scheisskin den habe ich hier auch den Dämonenstein ist sicher aber bestimmt gewinne ich dann so als aus dem Platz von 3 äh 10 Kürze die anderen dann macht oder so da bin ich noch die gleiche da bin ich noch die gleiche aber nicht oh oh dann gibt er da nicht in der Luft das ist einfach mal mit schwer zu spielen also gegenwerfen oder was auch immer das ist ja ja ich bin jetzt hier da sind die die Regeln also im Endeffahrs halt ich bin eigentlich was ich dann ich habe einfach nur noch also das ist was wir hier mal voll hab oder so ich bin jetzt eigentlich auch noch was ich versuche es als wäre natürlich besser aber ja da ich bin jetzt hier oder Carbon denn der habe ich ja auch noch den hole ich mir jetzt ja den den hole ich mir jetzt das ist eigentlich genau derselbe aber egal in der oben ist ein Stück besser ja da ich bin jetzt da 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 Ja, wie ihr gesehen habt, hat der Weckerpass vor. Ich muss nicht immer Pixel 3D spielen, ich kann auch Minecraft vornehmen. Ich spiele nicht alles. Und ich bin dabei und ja. Und ich bin bestimmt will. Und ja.